Ich bin gestern mein YouTube Video und ich tue jetzt auf Skirenne selber reagieren. Und wer da ist oder Person ist, zeig jetzt nachher noch. So. 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 Und die Name ist SRS Dock. Sie können ja schon da alles sehen, aber jetzt seh ich. Und los geht's. So. 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 So ist es so krass, was das trifft. Und ich bin alleine. Oh nein. Und ich bin mit meiner Familie auch alleine vorbei gewesen. Wir haben nicht zuschaut und sind selber Skifahren. fahren. Ja, ich habe ja schon ein Video aufgelassen von Luftsport. Das ist ein weiss Kanzliger. Ihr könnt auch noch vorbeischauen dort. Einfach so 20.000 Leute. Unglaublich. Ah, und da sorry, dass ich die Kamera zu mir auch keiner zeige, er spinnt. Ja, aber ich erzähle noch Sachen zwischendurch. In einer Woche fängt es ab. Gutes Gefühl? Ich will diese Frage jetzt endlich los. Wir vorbereiten das ganze Jahr, wir planen, wir organisieren. Und dann sind wir froh, dass es dann losgeht und wir umsetzen können. Das ist immer ein guter Zeitpunkt. Gutes Gefühl? Oka-Präsident Urs Nepflin hat eine Woche vor dem Rennen auch Bagatellprobleme zu lösen. Einer hat den Funk vergessen. Ui. Nein, nein, nein. Oh, nein. Perfekt, danke. Hallo zusammen. Hallo. Alles klar? Also, der Franz hatte viel Schnapps gestern. Ich habe sein Funk vergessen. Hey, Franz. Du hast noch ein bisschen Flaschen gewohnt gestern. Das Funk hast du vergessen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Geil. Und vor allem auch für die exklusive Aussicht. Geil. Geil. Ja. Jahre lang wirdete er im Zielschuss und gehörte zum Lauberhornrennen wie der Hundschopf. Hundschopf. Geil. Oh je. Den sieht man gar nicht mehr. Ja. Was? Brugnoli Spines hieß Café Mary und war Treffpunkt für Trainer und Rennfahrer. Ja. 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 Und ich, ich komme von der Tür ein. Ja. Ja. Es ist nalo, Anya. Ich bin mit ihrer Tochter und meinen Baber Unterleg空, auf детей... A, mentre mit dem sind, oder? Auch das ist also schön. Ja. Bo ist denn das called Wunderhaftbar? Ja, meine Frau. Warum seid ihr eigentlich so einer Schieferritzerfamilie? Ja, auch gut. Der Präsident ist im Dauereinsatz. Ein Anlass für einfach ein bisschen die Umgebung. Dann sind wir da. Die Netze sind Matten gewesen. Warum wir? Oh naja. Das ist eine Jahresmesse. Der Bärs hätte ich sogar gelobt. Vielleicht noch vor letztem Jahr. Uh, sogar vor zwei Jahren. Egal. Aber ist interessant. Was zeige ich mir. So, schon interessant. Dann sind sie. Aber jetzt noch genau. Zeig jetzt von mir. Ich zeige es von mir. No. Ich zeige es noch. Ich zeige es auch noch hier. Ich zeige es noch. Ich zeige es noch. Das ist gerade ein Video. Daher. Das ist von dieses Jahr. Ich zeige es noch. Ich zeige es noch. Ich zeige es noch mal. Ich zeige es noch mal. Und da hinten vorne. Und hier hinten ist der Skirenne, die CD. Es ist einfach zu cool zu sein. Das sieht gut aus. Das ist eine große Hilfe. Ja, das ist in der Regel. Das war's für uns. Ich finde es sehr lustig. Also, Also das war der Tag, das war von mir, wenn es euch gefallen hat, Tummel aufhören und abonnieren, wenn ihr noch mehr gesehen habt und so, ja, sicher cool gekampft, hey, gekampft, eine coole Sache gewesen, finde ich. Ich finde auch in den Kommentaren, schreibe mir, ob es auch cool gefunden habt. Ja, so, der fällt, bis zum nächsten Mal.